so hallo liebe youtuber ich bin sozusagen der ersatz vom cms weil er konnte sich ja nicht so benehmen da gab es ja schwierigkeiten mit youtube habe ich gehört und ich soll ihn erst mal vertreten ich soll ihn erst mal vertreten und ich mache jetzt gerade bei twitch ein livestream ganz ruhig und sachlich schön gemütlich mit gequatsche und gelatsche fitzsche fatsche und ja genau folgendes er ist im moment dabei sich mit optimus prime kurz zu schließen wegen weiteren welchen weiteren verfahrensweisen mit der einen oder anderen unstimmigkeit ich möchte jetzt nicht auf den punkt bringen aber da sind im moment gespräche und deswegen vertrete ich ihn hier ja und ihr könnt gern auf twitch einschalten der kanal heißt sonneberger 84 da können ich verlinke das ich tue den link von dem kanal das mache ich jetzt gleich nicht dass er friert das mache ich jetzt gleich im video zu den link von dem kanal verlinken und da können wir können da unten dann eine überschreibung einfach auf den link klicken und da könnte dabei sein aber bitte 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 kein gangstocking wer gangstockt wird gebannt ihr wisst ganz genau bitte seid gut benehmt euch okay das ruhige sachliche sache und es ist wichtig es geht um die zukunft leute es geht darum die zukunft vernünftig aufzubauen und das alles ordentlich wird ja so okay danke für die aufmerksamkeit okay 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 Vielen Dank.